Willkommen, liebe Bürger und Scharlataner. Wir schauen mal, wie wir hier heute weiterkommen mit Jacket Aliens 3. Wir haben die letzten beiden Folgen ja ordentlich überzogen, aber diesmal versuchen wir wirklich mal wieder das halbe Stunde mitzuhalten. Wir hatten ja auch gesagt, dass wir uns unseren Angriff machen auf die Mine. Die wir entsprechend führen. Oh, wir haben es zurück. Können wir das zum Militzen ausbilden? Ja. Na, dann machen wir das. Können wir mal schnell. Die war nicht besetzt. Das ist doch ideal. Munition. Wir brauchen... Was hat man gesagt? Wir brauchen die Munition für... 5,56, ne? Machen wir mal 5,56. 50er Kaliber, 5,56 Standard. Machen wir mal 5,56 Stapel im Großen. Bisschen 44er. Und... Sporten. So, Munition gut gemacht. Minizen werden trainiert. Und wir lassen laufen. Das könnte man auch mit... Wie viel verdienen wir jetzt? Noch nicht so viel. Jupp. So, Kontakt. My contract's about up for renewal. Good. Da gibt's einen Angriff auf Flüchtlingslager. Das werden wir halt nicht halten können. Sieg! Ist das... Kommandosoldat? Okay, geschützte Aufexperte. Oh, schwere Rüstungshelm. Schwere Rüstungshose? Nochmal 5. Schritt läuft. So, dann können wir nicht weiter ausbilden. Haywire sollte mal Minizen ausbilden. Mal wieder. Wir gucken uns mal hier die Mine an. Ah, nicht auf dem Flohmarkt. Ich bin nicht auf dem Flohmarkt. Nein! Das hat mich gar nicht interessiert. Ich wäre... Hä? Hier oben. Ich will da Munizung kaufen, ja. Danke. So, Mina weiter. Of course. One time, when I was digging, I cut into some cavity. A grave. What grave? The Legion buries somebody, maybe? No, no. Absolutely. All two with Skeleton and everything. Ah, I see. Mal den plündern. Ist das nicht valuable? Wer hat da noch Diamanten, die er mitnehmen kann? Ah, klack. Just some old bones and some dumb clay tablets with strange symbols on them. Tough luck. Those tablets may even be cursed. If it was me, I smashed them and run out of there holding my breath the whole time. Do I look like a fool to you? That's exactly what I did. When the Legion was here, the guard strips all over everyone. My name is Adwak. But it pays... Na, natürlich ist Lager brauchst du nicht mehr rumlungern. Das hat sich erledigt. Ähm... Was sind hier da Vorarbeiter? Das Maschinengewehr, schweres, ja? As you wish. Ja, hier sind die ganzen Kommunisten, wurden hier getötet. Let's go. Okay, ich rot. So, dann können wir mal in... Da haben wir ein paar Minen, da läuft er auch einfach lang. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Ähm... Finanzen. Finanzen, Finanzen, Finanzen. Wir haben 3000 Einkommen. Die Mine zählt noch nicht. Oh. Ins Krankenhaus. Warte. Erstmal verlangen wir wieder alle. Mein Kontrakt ist fast... Sehr... на Wonder… Ich bin eine gemütze lottery. Und geben muss das alles... Erstmal вопрос. Ich bin needlescht commencement, mit... еще... Sie wissen? Ich... Das muss uns 못 sagen. Hier ist schnell. Hast du den Mund desestkvert決? Wir wissen können nichts mehrverstanden! Wir können mit dem ... Weiss selbst販 kostecke mit uns! Nein, wir müssen uns nicht mehrverstanden. Die Mine wirft... Das ist die Mine mit 3000, die was abwirft. Die eine Mine haben wir gehalten, genau. Das Rebiet frei. Erstmal weiter ausbilden, dann könnten wir die Stadt zurückerobern. Ich glaube, ich lasse mal laufen. Dann müssen wir auch Arnie die Insel zurückerobern, irgendwann mal. Nein. Geh mal. Ist frei, okay. Operation. Release-Ausbildung. Tu das mal bitte. Die hocken da, okay. So. Jetzt gehen wir hier zum Trup. Speichern einmal. Ich würde diesmal nicht, dass irgendeine Scheiße passiert. Und dann würde ich mal sagen... Wo sind sie alle? Hätte ich die gerne mal alle hier. Das wollen wir mal in die Mine gehen. Unter die Erde. Frost in Ohr und der Irrisch. Da war der Tote. Okay. Waiting for orders. Hey man, was's up? Charlene Higgins. Wollen wir den Messer raus? Moving out. Ready for the shot. Okay. Versuchen wir den einfach mal wegzuschleichen. Ähm, können wir mal probieren. Ähm, hinhocken. Messer ihn, Messer ihn! Ja. Macht Überwachung. Okay. Dann Messer ihn nochmal. Und Messer ihn nochmal. Oh, du kannst ja nicht mehr messern. Geil. Ähm. Waiting for orders. Na Guanty, lauf mal hier hin. Und schießen einfach weg. Ich kann sagen, das wird gut sein. Die Haare auf meinen Tönen sind schmierend. Oh, Guanty. Hey, man. Was ist's up? Komm, Ted. Let's go. Hang on. Hey, man. You just make sure, der Typ ist auf den Weg geplant. Danke. Yes? I don't have a good shot. I should be working out. Okay, dann gehen wir da hin. Und dann schieß ich ihn einfach weg. Just hold still, damn you! They shoot like the locals. Don't tease me. Laufen wir hier hin? Dann machen wir mal einen mobilen Schuss. Ja. Ja. Ready. Ja, ja. Das ist jetzt wieder... Wenn du schießt. Wenn ich mich bewege, werde ich sicher sterben. Ja? Ja. Wenn du schießt. Löst du eine Aktion aus, ne? Ja. Oh, Karina, jetzt aber. Alter. Nicht mal abmessern können bei den Typen. Wenn ihr das nicht mal das gebacken kriegt, dann habt ihr das verdient zu sterben. So. Zugende. Unglaublich. Und die nur auf die Entfernung von... Das ist ja verblutet. Danke. Project ist in Panik. Hey, ich habe eine Idee. Wie, wie geht es um ein Spiel zu spielen, nicht die Raven zu töten. Was ist in deinem Gehirn? Soll ich sie verbinden? I should be working out. Soll ich sie verbinden? Oh, du verbindest dich jeweils. Wie viele Gegner haben wir hier? Neun. Okay. Gucken wir mal. Und ich drehe immer noch durch. Treff. Toll. Feinde in der Nähe. Sie ist jetzt Granti. Gut. Äh, das machen wir nochmal neu. Spiel laden. Jupp. Unglaublich, dass sie den Typen nicht gemässert gekriegt haben. Brutaner Angriff. Danke. Oh. Moussa, ich würde dich lieben. So, schauen wir mal an. Jetzt. Gehen wir halt immer schön sichern vor. Also. Du stellst dich mal hier hin. Sicherst dich mal rückgarten. Geht da nur eine Richtung. Bojack. Stellst dich hier hin. Sicherst dich in eine Richtung. Ich sollte sich auch hier hin. Besser. Du stellst dich hier hin. Grant. Hier hin haben. Carlina. Sei hier hin. Wettung für Orders. Quanti. Du kannst eigentlich die Todfender rausholen. Ja, und du hast ihn erfolgreich gemässert. Wave und das passt. So. Geheben ab. Oh, das ist relativ groß die Map. Okay. Gut. Ähm. Bild ich mal hier hin. Ich bin hier. Oh, Jack soll hier stehen und überprach. Oder auch nicht. 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 Ich könnte mir 100% Deckung. Ich kümmere den nämlich vorstürmen lassen. Ein guter Plan. Das wird nichts. Was ist das Wort? Kein Schmerz. Ach so. Carlina hier. Carlina. Stell ich mal hier hin. Dich hier hin. Stirlight. Und auch einen Meter vor. Und auch einen Meter heran. Geben ab. Vielleicht pusht er. Ist ja ein Nahcamper. Der muss eigentlich pushen. Er läuft hin und her. So, Nadie immer zurückschießen. Geht erst mal. Bojack zurück. Was ist das Wort? Geht erst mal. Ich habe einen schönen Schaden von hier. Was ist denn für Schaden? Versuch mal auf die Arme zu schießen. Danke. Komm mal auf die Arme. Carlina hier. Wann die? Geh mal ran. Und flint ihn mal. Arme, komm. Okay. Now watch this, man. Okay. Dann, wo haben wir dich? Geh mal ran. Wir pusten jetzt weg. Kannst du hocken? Nein. Ja, die haben wir. Hoffe ich doch mal, dass wir die haben. Okay. Das war eindeutig die Mauer. Na Gott, die kommen. Einen hast du noch. Bam. Guter Treffer. Ist halt automatisch. Nöt. Alter. Alter. 117er kritischer Treffer. Äh, Kopfschuss. Ja. Park dich hin. Du machst einen Mann und an. Das war ja wieder ein Ding gerade eben. Kannst dich nicht so weit schmeißen, Schade. Danke. Okay. Bereit. Weg in die Position. Wir müssen das von dem Flur runter. Bereit zu schießen. Komm, schieß. Schärfer letztendlich gut. Ja? Wie Mutter immer gesagt hat, wenn eine Taktik-Situation ist favorably, dann sieht sie die Möglichkeit. Das so mobilen Schuss machen, ja. Ja. Klar, Kalina kann ihn nicht mehr sehen. Da hat er natürlich einen echt guten Schuss gelandet, der Typ. Oh, ja. Raven hier. Raven geht hier hin. Macht sich auch klein und hässlich. Ich hoffe mal, dass der Stiften geht. Ja. Ja. Ja? Acknowledigt. Noch mal da hin. Amy. Geh jetzt! Grizzly hier! Du könntest erstmal Guanty verbinden. So, gehst du mal ran, Kalina? Ich habe den Villain in meinen Augen. Nein! Grüß sie! Bist du dran? Komm! Danke! Wir stoßen alle durch. Gehst hier hin. Ja, das ist gut. Ich muss nur meine Vitamins bekommen und ich werde noch besser sein. Bereit! Ich werde jetzt gehen. Natürlich geht's gut. Wir sind wahrer Heroin, die alle schweißen werden. Gut gemacht. Du laufst hier hin. Alter! Die und ihre ständigen, äh, Counterschüsse. Da muss ich echt mich dran gewöhnen. Komm, gehst du mit den APs hier hin. Das sollte das machen. Ein bisschen aus der Reichweite raus. Gehen wir noch Meter dicht da ran. Entstanden! Komm, Kalina, habe ich ihn. Ah! So ein Mist! Du hast ihn! Komm! Alter! Da! 10-4. Ready for the shot. Das gibt's nicht. Es wird er weggeschrotet. Komm, wir schroten ihn weg. Können wir wegschroten? Nein, natürlich nicht. Wann keine? Äh. Wann der irgendwas machen kann? Team Moral. Grandio. Yes. Wir können jetzt noch Romano ein Gun machen, na denn. Wenn du mal treffen würdest. Danke. Danke? Das geht es auch. Wettung der Ordnung. Was? Komm. Nicht hier hin? Verbündest dich. Du lässt dich verbinden? Raven hier. Yes. So, Guanty ist ganz schön kaputt. Da geht erstmal. Was ist das Wort? Du hast es! So. So. Dann lassen Sie kommen. Ja, schön. Danke. Danke. Galena hier. Muss mal nachladen. Ready. Was? Was ist auf der Geist? Pass erst mal. Okay. Yes. So, Guanty. Schleich mal einen vor. Okay. Präsidionsschütze, Hockta. Going right now. Sehr gut. Ich bin gerade eben. Du Hockst dich mal auch. Du hast keine Munition mehr. Du bist doof. Dann gehen wir nach hinten. Grizzly hier. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Was? Raven hier. Hier ist nochmal so. Ähm. Die zielen, die zielen, die zielen. Karina, soll ich mal hier? Karina, soll ich mal hier hinstellen? Kannst du noch hocken? Kannst du ja nicht. Kannst du trotzdem... Es wird nichts, schade. Okay. Wir geben mal ab. Weil ich komm da ja. Karina, soll ich mal hin? Ich habe einen Blick über unseren Parkplatz. Ja? Bereit. Wollen wir einfach mal in den Nebelgranate schmeißen? Charlene Higgins. Was? Wo, Jack? So, gehen wir noch... Einen vor. Du sollst genau ebenfallse Fläche tun. Und dann gehen wir noch mal eine Runde ab. Danke. So, er blutet wenigstens. Okay. Komm, mach mal, warum er noch einen Gang hier rüber? So, du sollst mal einen mobilen Schuss hier hin machen? Danke. So, die Higgins. So, die Higgins. Äh... Halina hier. Bojack hier rüber. Du switcht auch mal. Das nächste Runde mal, wenn du noch was Schiengewehr schießen könntest. Larry muss nachladen. Geht hier hin. Und überwacht. Steroid. Kommt mal hier hin. Wir geben eine Runde ab. Welchen haben wir denn eigentlich immer noch? Und hier müssen wir den hier noch platt machen in der Mine. Drei. Eine Wache und zwei Anführer. Okay. Was ist in deinem Mind? Gehen wir da einen Meter vor? Du sollst nicht mal hocken? Ja. Gotcha. Setz dich auf für das Feuer. Ja? Hocken? Halina hier. Oh. Ja. Gehen wir nochmal eine Runde ab. Ready. Aber die kommen da nicht, würde ich nicht behaupten. Acknowledigt. Da ist einer. Okay. Don't tease me. Geh mal hier hin. Was ist denn da neben? Das ist eine Blankgranate, ne? Wenn du dich hier hinstellen. Das fühlt sich lustig, Mann. Und du. Nein! Fuck. Gut. Die hat eindeutig was geblendet. Wir müssen also irgendwie dafür sorgen, dass wir unseren guten Grant zurückkriegen. So. Geh mal ab. Ich bin auf dich. Go! Okay, die machen auch Überwachung. Gordon, du brauchst Hilfe, um davon auszulassen. Was? Okay. Er kann Grant sich bewegen, ohne beschossen zu werden. Ready. Kanada-Aus. Haben wir natürlich wunderbar hingestellt. What? What's on your mind? Yes? So, dann muss er halt einmal wegrennen, jetzt. What? Hocken. Hocken. Okay, so. Dass du nicht im Schussfeld stehst. Du darfst auch hocken. Ja? So. Überwachst mal einfach alle. Ich sollte sich ausarbeiten. Ja? Galina geht einen Schritt vor. Don't tease me. Dogst du auch mal? Und wir gehen nochmal ab. Mal gucken. Sehr schön. Noch Brozek ist verlasst. So, da kommt schon. Kommt schon. Alter! Dass er noch was konnte. Gibt's ja nicht. Okay. Du fällst zurück. Brozek. Komm mal hier hin. Aufstehen. Grauchen. Da waren es nur noch zwei. So, wir geben nochmal ab. Da kommt ein Anführer. Der ist gesprintet. Natürlich. Alles. Gehabt. Komm, Conti. mither, Das war gemein. Komm, kommt los. Blitzschneidere... Ach, immer diese blitzschneideren Reflexe. Alter Falter, die gehen mir sowas auf den Senkel. Danke. Alter Falter. Die Miene ist schon immer eklig. Das sind alles Tote. Gucken wir mal kurz durch. Da sind Mienearbeiter. Ja, gut, kleiner Alarm. Rötter, können wir verschrotten. Können wir verschrotten, okay. Was haben wir hier? Okay. Was haben wir hier? Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Äh... Äh... Was ist für dich? Was ist in deinem Mind? Weisheit. Wie viel Weisheit hast du? 7,70. Reicht dir aber nicht. Schwaches Leuchten. Hm. Mir ist es aufgefallen. Das hacken wir. Ja, das hacken wir auch. Wasserfalle. Gewehr 98, das kann auch auf den Schrott. Oh, hier ist einer von den Sesseln. Das ist keine Heizkette, schade. So, Grant kann mal versuchen, die Falle zu deaktivieren. So, das hat hier nicht funktioniert. So, gucken wir mal schnell. Dann haben wir die Mina weiter. Schrotwinte, schrotten. Pulver, 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 Pulver. Ach, ist die Winchester, ja. Dann habe ich aber noch Pulver da. Und zwar Zeitbomben. Zeitbomben können noch zu... Raven. Äh, Fox. So. Dann haben wir hinten noch was, irgendwas Spannendes. Hm? Du hast unsere Minder genommen und jetzt sind du innochen Menschen. Kannst du, Bantys, nur gegen uns und lassen uns in Frieden? Guck mal, dann haben wir noch Sachen zu blündern. Ist ja alles voll. Okay, das ist nichts. Dann haben wir noch eine Kiste. Achso, das waren die Geschichten, ja. Ja, ja, ja. Da können wir noch Schrott bergen. Das machen wir auch schnell. Let's go. Werder sonst hier sehen konnte. Das war auch mies. Okay. Hier haben wir zwei Taschen, die wir noch plündern können. Messer. Okay. Leuchte ab. Das können sie haben. Whatever. Die Bauteile holen wir uns. Und da haben wir noch eine Kiste. Okay. Dragunov. Gut. Schrotten wir. So. Auf zur Korde. Ähm. Operation. Erstmal wird erst was repariert. Starten. Starten. So. Verletzte behandeln. Starten. Lassen wir einmal laufen. Time to take these bandages off. I am finished. If you need me, I'll be oiling my chest. Starten. So. Der hat auch da acht Verletzungen. Der braucht ein bisschen. So. So. Läuft halt gleich die ersten. Von Fleet Town. Und jetzt verdienen wir bei der Mine verdienen wir das Geld. Wie gut. Sehr schön. Natürlich. So. Alle sind geheilt. Jo. Gut. Dann looten wir noch schnell. Sektor Versteck. Mh. Panzerhose. Wer hat noch keine Panzerhose? Du kriegst eine Panzerhose. Das Ding ist in schlechtem Form. Du musst mich fixen. Eine Anaconda. Den Schrotten war. Oh. Das sind Diamanten. Pass auf. Die verkaufen wir jetzt. Stapel verkaufen. Da haben wir jetzt so viele von. Da rein. Ich will so wohin damit. So. Dann haben wir hier schon einer von denen. Entladen. Und Schrott. Und jetzt haben die auch bessere Waffen. 3x11. Die M14 sind gar nicht mal schlecht. Dann kriegst du die weg. Kriegst du auch eine M14. Ich glaube, das finde ich besser. Und den Rest nehmen wir mit. Okay. Dann verkaufen wir noch einen Sack. Diamanten. Passt. Krankenhaus. Oberöcher Werkstatt. Den wir erstmal nicht. Wir sollten erstmal nach oben treiben. Alle nach oben. Oh. Neue Knuseel haben wir erhalten. Ich bin hier. Können wir nochmal Munition produzieren. So. Dann rüsten wir noch schnell die Waffen um. Inventar. So. Das passt bei dir. Bei dir passt es auch soweit. Kalina passt. Ja. Modifizieren. Geh, einmal das hinzufügen. Machen wir mal so. Haben wir einen schönen langen Revolver. Du hast hier deine Knarre. Du hast deine Knarre. Passt. Dann das M14. Modifizieren. Jo. Gängerbonus mit einzelnen Schüssen. Und jetzt haben wir noch die Gäste. Das ist genau so. Ich habe nichts. Ich habe noch die Gäste. Ich habe noch die Gäste. Das sind die Gäste. Ich habe auch die Gäste. Ich habe noch die Gäste. Ich habe noch die Gäste. Ich habe noch die Gäste. Dann machen wir's nochmal. Was? Das Waffen wechseln. Ist das in Ordnung? Wir haben keine Teile mehr. Passt aber. So, dann können wir nämlich Monitonen produzieren. Wir brauchen jetzt... Was schießen das? Ein 14 müsste NATO-Monitonen verschießen. Ähm... 67 NATO-Standard. Wer haben wir davon? 27 NATO-Standard? Nicht genug. So, erstmal Gegenstände reparieren. Wir können noch eine Munition herstellen. So... Ruhlspitz, Schock... Ähm... Was ist das? Dann machen wir hier einmal... NATO... 100 Millimeter... Alles was wir so machen können. Starten. Starten. Können wir noch meinen Körper herstellen? Können wir den herstellen? Nix. Okay. Das lassen wir nochmal durchlaufen. Äh... Okay, wir können nicht genug reparieren. Okay. Don't say that, Ted. I'm doing the best I can. Angriff. Feiger Trupp H8. Fünf... Gegner. Niederlage. Okay. Gut. Mh... Wache. Geschützexperte. Wir würfeln einfach mal. Speichern mal. Und wir würfeln. Und wir würfeln. Okay. Einer... Wir haben zwei erwischt. Gut. Wenn ich sage, dass ich irgendwo sein werde, dann ist das, wo ich bin. Das ist nur eine gemeinsame Kürtese. Gut. Lass mal weiterlaufen. So. Dann sollte unser nächstes Ziel sein, den Außenposten zu übernehmen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. So. Probern wir den Außenposten. Wir holen uns dann, ähm... Fleet Town zurück. Wir machen dann hier wieder alle Chick. Hier ist ja auch noch eine Mine. Die Mine noch. Die Old Diamond Mine. Hier oben müssten wir eigentlich auch nochmal hin. Müssen wir in der nächsten Folge machen. Wir gucken uns aber noch einmal die E-Mails an. Neue Nachrichten. So. Halle miteinander. Part Kakao verloren. Die Truppenlegion haben Part Kakao besetzt. Die inefficienten Verteidigungskräfte und der Kommando von Guerrero Pingen wurden schnell aufgerieben. Einzig der Gouverneur und seine Familie wurden evakuiert. Die ehemaligen Mikro-Meter-Coffee-Beans leisteten nicht Widerstand, aber ihre Billungen waren schlecht koordiniert und sie konnten die Stadt nicht lange genug halten. Das ist ein dunkler Tag für unsere Geschichte. Part Kakao war ein... Bekannt war jetzt auch. Sind die alle tot? Oh, scheiße. Meine lieben Mitbürger. Ich muss sagen, das ist scheiße Sanktionen. Legionen, diese unnötige... Lulululul. Okay. Madame Couls. Schock. Massaker am Flüchtlingslager. Der Newsletter. Achtung. Unglenkebares Königin. Der letzte Rest von Anstandkampf wurde letzte Woche durch ihren Abschluss den Angriff des Willisten zerstört. Die Sarder-Opfer steigt ab wieder an und ins Behördenbahn. Es sind möglicherweise über Hunderte gehen könnte. Der Reporter und Herr Diener glaubten, dass das nicht mal passieren könnte. Ähm... Die Grünen der Sohne, Tutenfrieden, Rüden. Kran, Schirn, beantworten bei der Strafung. Der Angriff führte mit Ausnahme der Dschung zu einer hoch niedergewiesenen Einigkeit zwischen allen politischen Gruppierungen, der seinen Angriff streng verurteilten und der Eingriff zum Eingreifen geforderten. König Jutsforsche wurde mit den Bildungen einer Tagsforstbeauftrag, welche Beisinnung am Sammlung entschuldigen berichtern soll. Die Präsentenleuchtung fordern, dass die Tagsforst der Herkunft der chemischen Waffe untersuchen sollte. Diese wurde auch aufgrund der Dringlichkeitsersuchungen abgelehnt. Der Angriff ist nicht sogar als Verraten war, auf den liberalen Formen mit leeren Worten zu drohen, obwohl Handeln erforderlich ist. Erinnerung daran, dass unsere frühen Politiker, egal wie groß der Ausnahme gerade, als immer etwas finden, worüber sie sich streiten werden. Erklärung zu können. Fortschuldig zum Vorfahren. Das lehren wir uns mal durch. Wir müssen die verantwortlichen Ausländer schnell bestrafen. Anders halt wird diese unser Land zerreißen. Die liberale Politik erfordert zwar für den Wettbewerb im Prinzip gut gewesen sein, aber sie hätten unser Land schwach und erscheinen lassen und unerwischten ausländischen Elemente gemütlich unseren scheinbar schwächen ausnutzen. Das ist Zeit für Handeln. Dann haben wir so Beiseite gegeben, dass eine Ausländer mit der Jungsarbeit merkbarem Land zu befördern. Ursprung wird eine Impfung von Grand-Chanen. Wir haben uns nach Teil der Einsatzleiterin von Donis. Es war ebenfalls die Presseveranstaltung anwesend erklärt, dass er Donis sollte die Kräfte nach Grand-Chanen bringen, und sie so unterstützt und eine Armee bei ihren Ermittlungen einsetzen werden. Wir müssen die Stellung beziehen, wenn Menschen massakriert werden. Das sind unsere Arbeiter und unsere Freunde. Die im Flüchtlingslager verletzt wurden. Wir werden so viele Ressourcen wie wir nicht bereitstellen können und wir seine Aufgaben unterstützen. Wie geht es weiter? Okay. Wir wollen Vertrieb. Gut. Gucken wir mal, haben wir noch irgendwelche? Das ist Flüchtlingslager. Können die alle anderen passen? Die Hälfte der Schüler haben wir überprüft. Gucken wir mal alles durch. Ich kann den Körnel. Koraissant zur Strecke bringen. Ja, K-16. Im Fort Brigand K-16. Das mit den K-16. Hier, da hockt der Colonel. Hier oben ist der Major. Also ich will erstmal das Gebiet hier sichern, wie früher. Die Häfen brauchen wir nicht unbedingt. Äh, nee, vielleicht auch nicht. Aber den Hafen bräuchten wir vielleicht und dann könnten wir nochmal mehr Säulten anholen. Das müssten wir ja rein theoretisch plus machen. Wir haben 12.000, wir brauchen 6.000 pro Tag. Das machen wir plus.